Hallo und willkommen zu einer neuen Folge ARK SURVIVAL Ein ARK SURVIVAL Wir haben es aus der Höhle geschafft Auch wenn wir ein bisschen gecheatet haben Aber wie ihr unten rechts sieht Haben wir erstens ein paar Sachen jetzt Und wir haben Unser erstes Tor Was eben halt eigentlich echt krass ist Wir haben ihn bekommen Diese Passe hinzu Herzustellen und Wir müssen jetzt eigentlich Dauer noch gucken Wo wir unseren ersten Dino eigentlich Also unser erstes Gege Eigentlich hinstehen möchten Wir wollen ja hier in dieser Nähe schon bleiben Das haben wir ja schon mal gesagt So Und was allgemein jetzt unser erster Dino sein soll Sollts ein Fliege Sollts ein Fliegedinosaurier sein Sollts ein Brachiosaurus sein Sollts Warte was bist du nochmal? Ich vergiss immer deinen Namen Sollts ein Parasauro Parasaurier sein Sollts ein T-Rex sein Wir müssen es selber rausfinden Denn das hier soll eben halt später Das Aquar Also hier sollen die Haie und alles leben Ja ich weiß Unmöglich eigentlich Aber es ist schon möglich Wenn man Godmode anhat Und ich würde eigentlich eher sagen Wir lassen sogar ein paar Bäume Also es sieht eben halt schön aus Wenn man das macht Und ja warum nicht ne Also hier Also hier zum Beispiel könnte man das Also wir haben ein Eine Wir haben nur eine Wand Also Nur Nur ist gut Kann das auch da drinnen machen Aber ich find's scheiße Und Ich würde sagen Wir bauen Das Gehege Ein bisschen näher hier ran Und ähm Erste Wand Und So groß ist die Wand Eben halt Und äh Was geil ist Das blinkt dort oben Und ich weiß nicht Kann man das anschalten Ein Generator kriegen wir so hin Ein Fabrikator kriegen wir nicht so hin Guck mal Ein Kano So groß ist eben halt die Wand eben halt Und T-Rex haben die Haben die geschrieben Kann Also Ein T-Rex kann das kaputt machen Ich weiß nicht wo wir hier Äh Schön dass es der da drin gebuckt Eigentlich Was ist das für ein Tier Es ist so ähnlich wie ein T-Rex Äh ja Es ist so ähnlich wie ein T-Rex Also ein Brachy Wär schon schön Aber ähm Also wir werden auf jeden Fall schon Brachiosaurus besitzen Aber vielleicht jetzt nicht als Anfang Vielleicht nehmen wir das so Eher zum Schluss ein bisschen Werden eher Klein anfangen An Ankylo Unser Ankylosaurus ist ja in der letzten Folge leider gestorben Naja Ich bin Keine Ahnung Bin ich Wieso eigentlich richtig Aber naja Ist eben halt so Ne Würde ich sagen Und Und Wir können ja mal gucken Was ist hier Wie Was es denn noch für Tiere hier gibt Ich hab schon mein Tier was wir nehmen Wir nehmen ein Triceratops Äh Level 8 ist Das ist eigentlich ein ganz guter Anfang Aber wir gucken mal Wie Okay wir nehmen beide ein Fach So Guck mal her Klar ist er vielleicht jetzt ein bisschen besser weil er Level 115 ist Aber ich finde die sind einfach nur faszinierende Kreaturen Ist mein Lieblings Dino eigentlich Wenn ich ehrlich bin Ist mein Lieblings Dino Und ähm Ne In der Ego sieht man ja eigentlich fast kaum was Oh Gegen wen kämpfen sie Was ist das Was ist das Okay da wollen wir uns nicht einmischen Okay Apathosaurus Was warum hat er sich denn da eingemischt Ach man T-Rex und ein Stego Ey lol Was ist mit dir los Hallo Hallo Geht's dir gut Hallo Kollege Guck mal her Dego ist jetzt zu uns Wo war das Gege Ähm Guck mal her Pissig Alter Leute Ja Oben rechts Ja 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 Geil Ein Raptor hat hier überhaupt null keine Chance So 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 Ja Wie gesagt ich nehme jetzt auf Zeit immer auf 20 Minuten Länger 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 darf es leider nicht sein also Klar Wochenende wenn es mal so ist Dann mache ich mal länger Ansonsten mache ich immer nicht länger als Ist ja Klar aber ich wenn soll ich euch was sagen Ich glaube ich habe Vergessen Unsere Wand war Lol Lol Gut gemacht War das dort jetzt oder war das Okay ich mache mal Ich muss einmal den Schiko set Time of day machen Ist eigentlich ganz einfach Hier Ja so Und jetzt wieder hell Ich habe offline das nochmal nachgeguckt mit den Sachen wegen äh Der Wand und so Und ganzen Scheiß Alter Was man da eben halt für braucht ehrlich gesagt ne Ist krass Aber ich muss selber mal gucken Wo ist denn Alter Hallo Wo ist denn die Okay warte Hier beim Stego Wo ist mein Stego Schön Ist der runter gefallen Ja Einen roten Einen roten Das heißt das eigentlich ist er dann jetzt äh Ohl Manchmal leckt das ehrlich Also es liegt nur da dran Wegen dem Server Weil der eben halt viel macht Geil Weil ich will nur gucken wen haben sie umgebracht Was war das? Die haben ein... Das ist ein T-Rex. Den die umgebracht haben. Ja, ich muss jetzt aber selber nochmal wirklich gucken. Alter, scheißt du ehrlich gerade auf mich? Ey, bist du behindert? Ja, nice. Ich merke rote. Guck mal, die Brachiosauren haben ja auch hier hinten... Äh, die ganzen... Die haben auch hier hinten T-Rex getötet. Die sind klar angeschlagen, aber sie haben es geschafft. Wenn das überhaupt ein T-Rex war. Ja, war auch ein T-Rex. Sie haben es geschafft, aber... Also, Brachiosauren, finde ich, schaffen eigentlich... Zwei Brachiosauren und ein T-Rex ist kürzester Zeit-Tot. Und das mit dem Essen finde ich echt gut. Also, für mich finde ich das am besten, weil... Du konzentrierst dich wirklich nur aufs... Ne? Klar können wir es auch ohne machen, aber du weißt, wie lange das dauert. Und, äh... Klar, wann wir... Pfff... Lange schon hier dran sitzen und Spaß haben. Bis jetzt habe ich ja auch Spaß und so. Also, ich habe die ganze Zeit noch Spaß, also... Ich würde eh so oder so erst aufhören, wenn unser Jurassic Park fertig ist. Dorthin weiß ich, ist unsere Hütte. Da muss er nicht... Da ist die Wand! Ich finde, dass unsere Hütte dort hinten steht und... Naja. Ja, gut. Komm her, Roter. Weil das auch rot... So, ich mache immer am besten ihm halt Godmode an, bevor wir ihm halt noch keine... Rüstungssachen und alles haben. Und... Aber danach mache ich auf jeden Fall aus. Oh, voll schön, ihr Bambus. Wenn sie überhaupt haben, was ist. Aber keine Ahnung. Aber ich muss ja mal kurz was gucken. Strom kann man da übrigens auch anmachen. Guck, ohne Energie, aber... Und hier drinnen werden die dann immer sein, also... Dreimal zur Seite und dreimal nach rechts. Aber ich muss auch mal kurz gucken im Internet. Ja, ich weiß, es geht von der Zeit, aber... Ich muss gucken... Ähm... Wie heißt das? Jurassic Park... ID... Klar, gibt es auch schon Leute, die den Jurassic Park schon gebaut haben, aber... Ähm... Wir machen es nochmal besser. Als die anderen. Ich hab den Code und in der nächsten Folge... Werdet... Das ist geil, das ist halt... Fühl ich mich echt heimisch. Ohne Scheiß, ey. Bleib mal stehen. Und seid mal eher passiv und macht einfach nichts. Guck mal. Du hörst hier von... Ich war unten in der Höhle und ich hab... Das gehört wegen dem Brachiosaurus. Wegen dem Brachio. Warte. Vielleicht... Sehen wir es schon in der Folge. Ich hab hier... Hier... Ich hab hier... Das... modpack habe ich den hier genommen ich weiß es nicht fans hier ist aber das music arc wie bei steam angegeben so dass ja das habe ich ja nein ja dankeschön dass die aufnahme trotzdem an ist okay das war das schon mal nicht ich weiß auch nicht mal ob ich den hier überhaupt genutzt habe weißt du das war auch nicht denke ich mal nein sorry ich weiß nicht mal ob ich den von dieser mod benutzt habe anscheinend denke ich mal wo nee ich weiß nicht mal ob ich die mod drin habe ich hab glaube ich die monaten und ich hab die vom mod pack nur noch blub für ihn habe ich nicht okay bis zur nächsten folge also die folge ist so oder so jetzt in drei minuten sogar noch zu ende deswegen können wir hier noch können ja der bomb soll eigentlich erhalten bleiben dort hinten also wir können ja hier noch mal ein bisschen rum gucken also wissen ja jetzt eigentlich wo immer die sachen sind unsere dinos und so ist ja eigentlich hier und so also sollte man sich keine sorgen machen aber ja gerade mehle mega lag es gibt aber schon mal ein paar lags aber ist ja jetzt noch nicht so super schlimm das ist ein brachiosaurus ja das andere sind apathosaun das ist kein brachiosaurus das ist ein brachiosaurus weil der ist hier idiot das ist ein brontosaurus und das sind brachiosaurus verwechselt immer und ein ankylosaurus ist halt dieser typ ein apachosaurus gibt es überhaupt ein apachosaurus ich weiß nicht aber ähm wir können ja hier nochmal probieren ähm wir können ja eben halt so ein kleines häuschen hier hinmauen nichts weh das eben halt äh so ja und das war es eigentlich das war eine falsche ok ich werde auf jeden fall noch ein aussichtsturm machen und dies also es ist nicht nach 20 folgen wie bei rainbow staffel zu ende das ist ein eigenes projekt und dafür wird auch rainbow vernachlässigt habe ich ja schon gesagt und ich habe ja auch gesagt dass ich so viel lust habe auf rainbow stimm mal vor ich hätte jetzt kein gott mode an ich werde tot was macht er da wo geht es hier hin ich weiß muss trepp eigentlich nur hoch gehen und dann war's warum ist in diesem teil der region da unten ist unser triceratops warum ist eigentlich in dieser teil der region und was ist das ein apachosaurus ja apachosaurus sind nicht die größten aber brachiosaurus größer aber die sind die dicksten das war unser warum verschwindet der länger warum braucht der länger als die anderen ok jetzt habe ich mich verlaufen scheiße ok wir sind da runter gesprungen ok wir laufen jetzt noch zurück und dann denke ich mal sogar schon die folge zu ende ja die folge zu ende wir laufen aber trotzdem noch mal zurück und ähm zu unseren tieren und in der nächsten folge beginnen wir sogar jetzt schon mit dem ersten gehegebau vom triceratops ja von den ersten triceratops ähm mal gucken wie groß das wert ist das allererste gehege nach dem dritten oder vierten gehege denke ich mal wissen wir sogar schon bescheid eben halt wie wir die nächsten gehege bauen werden ich verkürze es mal ab einfach mal ein flysheet ist ja besser zu lange warten so sheetwalk so und hier in der folge ich zeige euch nochmal ganz schnell wir haben in dieser folge ein Jurassic Park Stego Level 40 geholt und ein Jurassic Park Teteratops Level 115 und noch ein Level 115 und ähm äh äh ja wir haben einen roten und einen fast roten und wir haben hier in dieser 10.000 Volt stimmt natürlich eigentlich nicht aber hier ist ein Ankylosaurus was geht ab mit weitlich JP ich hab mein Ankylosaurus JP erstmal genannt egal ciao ciao wir sehen uns bei einer neuen Folge ARX 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 Vielen Dank.